Ja, ich bin Christina Hähner. Ich bin die Ärztin, die angeklagt und verurteilt wurde nach dem Paragrafen 219a. Und ich habe mich entschieden, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich finde, dass das Tabu zum Schwangerschaftsabbruch nicht weiter so bestehen bleiben kann. Nämlich, dass es die Frauen behindert, darin Informationen zu bekommen. Ich setze mich für das Informationsrecht für Frauen ein und ich werde dafür sorgen, dass Frauen dieses Recht bekommen. Egal auf welchem Weg, ob das der juristische oder der politische Weg, das ist mir egal. Ich möchte vor allem verhindern, dass Frauen auf diese unsäglichen Abtreibungsgegnerseiten weiter müssen. Das ist eigentlich mein Hauptantrieb, dass ich Frauen davor gerne schützen möchte.